Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt Weihnachten auch gut überstanden. Ich hatte auf jeden Fall Zeit, in der ruhigen Weihnachtszeit mal wieder auf Amazon zu stöbern und habe da was ganz Interessantes entdeckt, und zwar ein Kameralicht, was so klein ist. Kleiner, schmaler als mein Handy. EC-Kartenformat. Und ich halte es mal in die Kamera. Es ist verdammt hell. Das Licht wird hier über USB aufgeladen, hält so circa 1-2 Stunden im vollen Betrieb. Und wenn man einfach ein weicheres Licht haben möchte und gerade alleine unterwegs ist mit der Kamera und möchte zum Beispiel ein Interview führen, nimmt man diese Folie, klappt es drauf, schaltet es an und hat automatisch ein schönes weiches Licht. Ich leuchte mich mal kurz an. Hm, kann sich sehen lassen. Ja. Was ganz praktisch ist und auch für 50 Euro mit dabei ist, ist diese Smartphone-Halterung oder Stativ-Halterung. Das wird einfach hier so reingeklemmt, das Licht. Zack. Kann auf die Kamera oben drauf geschraubt werden oder hier zum Beispiel auch ein kleines Mini-Stativ. Zack. Läuft. Kann man als Haar-Licht oder Spitzen-Licht von hinten verwenden. Wie auch immer. Oder auf der Kamera oben drauf. Also top-Tile. Tolle Idee. Bin ich begeistert. Warm stelle ich euch das Licht vor, weil ich es geil finde. Es ist sehr, sehr flach. Es wiegt nichts. Das Licht habe ich jetzt eigentlich immer wieder dabei. Manchmal auch in der Hosentasche als Taschenlampe am Abend, wenn ich jetzt zum Sterne fotografieren gehe. Zum Schluss nochmal ein Gruß aus meiner Badewanne. Ich wollte dir nochmal demonstrieren, wie stark dieses Licht bei absoluter Dunkelheit ist. Also nur eine Lichtquelle und ist wirklich geil. Von daher wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald.